Servus Leute und herzlich Willkommen zu DKC Returns Wir waren hier stehen geblieben und jetzt Hand in Hand durchs Cranky Land Wie im letzten Part schon gesagt Und ich glaube ich meine eine Maus sieht man Die tue ich mal schnell raus aus dem Fenster Blab weg damit Weil ich nehme ja mit dem PC auf Nicht mit dem Algato oder so wie man das kennt Von den meisten Leuten Und hier oben ist ja gleich schon mal Hä was Oh cool die Hände Aus Mega Man So wir kommen da Okay so irgendwie Zum ersten Puzzleteil So schnell schnell die hauen drauf Diese Hände hauen drauf Was ist das für ein Kack Wie soll das gehen Egal ich hab noch 94 Ballons das passt dann schon So wieder dahin Genau die die mitnehmen So dann dahin Ähm okay Drop 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 Egal Werde ich halt mal platt gewälzt Ist mir egal Da kann ich wenigstens hier entlang Oh warte mal Was ist wenn ich das schüttel Passiert nix okay Naja Äh was Eine Banane okay Diese Dinge kann man hier kaputt Also da kann man so drauf hauen Aber man kann diese wenigstens anrempeln und so weiter Vielleicht geben die ja was Oh geil Das ist aber richtig geil gemacht Und wieder diese Alter wie geil Vielleicht alles sammeln Geile Musik Fear Factory So ich seh schon was Da ist ein Puzzleteil Ähm alle Bananen So haben wir vielleicht ein Puzzleteil Ne So So Mann Scheiße wie kommt man da hoch Geile Musik Scheiße das explodiert Okay Aufpassen So Was ist hier drin mit dem Nix okay Super Wie komm ich denn da hoch Ach so okay Okay wir sollten mit diesem Fass da hoch schmettern Nach oben Okay Er schießt uns auf jeden Fall dorthin Und das ist ziemlich cool Geil um Mardi So jetzt geh ich wieder hier rein Döp Ähm Ach so Wir sollen uns da hinschießen Okay Passt schon Und das Was ist das Oh Meine Bananen Wie die Münze Nein Ach das ist ja blöd Hätte ich auch gar nicht mehr zurückgehen können Man So aufpassen Aufpassen Chill Chill dein Leben Jetzt geh ich rein Und Wow Scheiße Was ist denn das Wir sind nämlich über die Bananen Mietig blöd man Ich bin ja auch bescheuert So perfekt So perfekt Aber ich denke halt immer dass da was ist Okay wir kommen da hoch Was ist hier oben Alle Bananen sammeln Ne Da ist das Puzzleteil einfach mal Ganz gemütlich Okay schön Ist sehr schön Aber ich weiß nicht ob da trotzdem noch was geben könnte Für die äh Ganzen Bananen Sammeln Aber die ganzen Bananen sammeln sollten Man Das ist doch unmöglich Ja das muss was sein Das muss was sein oder So Alter das war knapp Okay Nein ich wieder hoch Ähm Ich will es einfach mal versuchen So MAAAAN Ich müsste es doch irgendwann hinkriegen Oder bitte 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 Bro Das ist sau schwer Aber es kriegt man hin denke ich Boah ich habe schon wieder ein Leben verloren Ein Herz So wie bei Zelda Äh Es geht nie im Leben Es geht auch nicht Ne Das könnt ihr so vergessen Es ist unmöglich Oder Ist das unmöglich Eine Frage die sich jeder stellt Und diese Frage Wer antwortet euch Doktor Äh Doktor Joker Alter war diesen Lois Ich wollte schon Doktor Eggman sagen Worum auch immer So Dahin Dump Dump So Ähm Da entlang Da Oh Blub 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 Doch das ist möglich Gibt aber nix Ja toll Habe ich umsonst gemacht oder was Egal Sicher ist sicher Leute Oh fuck Was ist das jetzt für ein Scheiß Alter was ist denn da los Okay wir müssen da hoch Okay Dann hier entlang Das hier schütteln bringt nix Okay Sind mir aber auch recht So eine Bananensamme vielleicht So Die schütteln Die schütteln hier Handrücken So Blub 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 Ne alter What the fuck Hand um Hand Alter Was ist denn da los Was ist denn da los Oh Blub So Äh Ich weiß schon Okay ich muss hier glaube ich nach oben Dump 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 Genau hier nach oben Da muss doch was sein Natürlich ein Puzzleteil Geil Sehr schön Hier oben ist auch eins Wie kommen wir da hoch bitte Okay ich weiß schon wie Ist nicht immer so schwer Komm So Genau Blub 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 Bams Was Ich hab mich getroffen Okay nochmal Ihr wisst jetzt auf jeden Fall schon mal wie das geht Ich hol das jetzt mal So Blub Muss ich es nur noch holen So Genau jetzt haben wir es Bitches Endlich So ist hier vielleicht was Ich denke aber eher nicht Ne Sieht nicht so aus Oh fuhr Alter Chill den Arsch Schönes Level Aber so ein schönes Level Hat so viel Potenzial Was Ich hab irgendwie ein Puzzleteil bekommen Weil ich alle Bananenwiedmünzen gesammelt hab Okay Cool Das wollte ich eigentlich gar nicht mal Naja Egal Alter das ist ein bisschen schwierig ohne Didi Schon ein bisschen schwierig Leute So Blub Bam Oh man Ich mach es lieber langsam Okay Stück für Stück Hand um Hand Leute Das ist schwierig Leute Das ist eine schwierige Stelle Und jetzt komm her Was ist denn das What the fuck Ist ein bisschen abgefuckt Das ist abgefuckt Das ist kacke Alter Was ist das für ein Scheiß Okay Es wird noch sauschwierig Leute Das wird so schwierig Och man Alter mein Hals tut ein bisschen weh Deswegen Sorry dafür dass ich nicht so viel spreche Alter mein Hals bringt mich noch um ey Ich weiß nicht wieso Aber das ist einfach was Oh Lass mich in Ruhe Man Du Kackviech Boah ihr Kackhände alter Oh Alter Ich benutze euch jetzt für einen Durchfall Alter Fuck you Fuck you Oh verpiss dich Okay Geh mal mit dieser Hand hier mit Alter wie abgefuckt Oh perfektes Timing Okay Ist mir egal Mach was du willst Was wo bin ich Scheiße Ja Geil Und was ist hier Letzte Puzz Ne Okay Uns fehlt ein Puzzleteil Aber wo soll das sein Bitte Aber wir haben wieder voll Leben Cool So sollen nie wieder zu cranky gehen Irgendwo in der Mitte Mal irgendwann Puzzleteil verkackt Nicht gefunden oder sowas Ich schaue jetzt mal nach Mit Squawks ist es ja möglich Das zu finden Und ich blende euch ein Wo Das Puzzleteil war Bis gleich Squawks meint Es ist hier irgendwo Ich könnte es mir auch schon vorstellen Wo Ungefähr hier oben Oder Ja Asozial Okay wir haben es gefunden Es war nicht mal so schwer So Jetzt muss man nur das ganze Level noch machen Aber das ist mir völlig recht So weiter geht's Alter Chill dein Leben Stomps Das Puzzleteil gehört jetzt mir Okay wir sehen uns im nächsten Was für nix Was für nix ein Part Wir machen ja noch Ein paar Level Und wir sehen uns gleich wieder Also bis gleich Puzzleteil hat wieder seine Tage So es geht jetzt weiter mit 7-4 Getriebsausflug Okay Spiel Leute Ich komme gerade vom Einkaufen Deswegen bin ich auch ein bisschen kaputt Und das ist aber noch nicht so schlimm Ich mache trotzdem weiter Okay Wie komme ich da ran Ah ich glaube mit dem Fass Ne Wir gehen dagegen werfen Okay Perfekt Eins von sieben Was Geil Das war irgendwie an der Lampe Ne Nice Haben wir gefunden Und da ist ein Fass Ich bin nicht blöd Entwickelt Aber ich schaue erst mal Ich sammle erst mal die Bananen ein Und ja Wir gehen gleich zum Bonus Fass Drei Drei Puzzleteil am Anfang Ist ja mal nice Ich glaube das Level ist gar nicht mehr so lang So wie es aussieht So 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 Okay Die letzte Bananen mit Münze noch holen Dann haben wir alles Perfekt Jetzt nochmal das Puzzleteil Geil Alter Drei Puzzleteile gleich am Anfang Das ist immer Richtig cross Leute Richtig cross Crossfire Geht ihr das Spiel Ja ich hab's mal Früher mal gespielt Leute Das hab ich oft gespielt sogar Aber Ist jetzt vorbei Die Zeit Die alte Zeit ne So Och Nö Vier Och scheiße Jetzt hat's geleckt Sorry dafür Wenn's einmal leckt Dann hab ich sowas von Am Arsch Bin ich sowas von am Arsch Mir bringt dir die überhaupt nichts In diesem Anfang Das bringt mir null Der bringt mir null Wisst ihr Okay jetzt Fert Fert Total seine Tage Was ist los Fert Bitte hör auf Es ist jetzt wichtig Bitte hör auf Bitte Bitte Ne Fert Fert Hört nicht auf Fert Ist gestört Fert Ist geistig Zurückgeblieben Man jetzt hör auf Mann Leute Leute Ich kann so nicht spielen Ich hab keinen Bock Leben zu verlieren Wegen diesem Scheiß Fraps Fraps So kacke Okay Jetzt geht's flüssig Auf einmal Okay Ich hab ne neue Aufnahme gemacht Och schon wieder Verkackt Mann Och scheiße Ich muss alle Bananen sammeln Dann gibt's vielleicht Ein Puzzleteil Da bin ich mir sogar sicher Das Level ist nicht so lang Weil es ein Raketenlevel ist Komm schon Ich glaub nicht Dass es so lang ist Okay Es wird ein bisschen schwierig Natürlich war es ein Puzzleteil Ich hab's doch gesagt Leute So Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen Oh Aber das ist ein ziemlich cooles Raketenlevel Bis jetzt Wird nur ein bisschen scheiße Wegen dem Puzzleteil Und so Wisst ihr Och ne Hier kann man nicht Hier kann man nicht alles sammeln Das ist unmöglich Das kann man nicht verlangen Okay Find ich das sehr cool Okay Weiter Weiter Und da ist ein Puzzleteil Direkt Geil Muss ich wenigstens keine Bananen dafür sammeln Das find ich sehr schön So Hier aber Die Bananen sammeln Vielleicht Ne Das wär ein bisschen lame So schwer ist es gar nicht mal Oder Oder kommt's mir nur so rüber Das wär ein bisschen scheiße Da ist ein Puzzleteil gewesen So das ist ein Puzzleteil wert Also Sammeln ich das nochmal schnell Okay Alles perfekt eigentlich Wir haben alles Außer die K und Gs Okay Ich muss wenigstens nicht mal das Puzzleteil sammeln Das ist sehr gut So Nur noch das N und das G Und dann haben wir dieses Level auch hinter uns So lang ist das Level gar nicht Da können wir ja noch ein drittes reinpacken Also ich wollte es sowieso gar nicht machen Also noch ein drittes reinpacken Ich versuche es trotzdem mal die Bananen zu sammeln Schau wir sogar nochmal Und ich kriege sogar nochmal das Puzzleteil dafür Das ist nicht schwierig Leute Kann das Mann was ist das für ein Kack Wollt ihr euch wissen wo alles hinkommt Was ist das für ein Kack Gescheites Behindertes Zeug Level Okay das wird ein schwieriger Abteil Dieses Diese Abteil hier Wenn hier keine Bananen sind Dann ist das ein bisschen schwierig Das ist aber nicht unmöglich finde ich Also es ist Es ist angenehm So Oh geil Bist du jetzt geschafft So jetzt kommen nur noch die Gs und so weiter Oh fuck you Okay das G ist hier Geil Wir haben alles Komm jetzt wo ist das Ende Das Ende naht doch oder Bitches Bitte lass es Lass doch das Ende kommen Schön So lang war das Level gar nicht Ich weiß gar nicht Vier Minuten vielleicht Wie lange haben wir gebraucht dafür Um die 100% darin zu kriegen Geil oh mani Wir haben es geschafft das Level So schwer war das gar nicht Wir haben alles hinbekommen Also ich habe Zwei Leben vielleicht verloren oder Keine Ahnung mehr Aber auf jeden Fall nicht viel Okay dann geht es gleich weiter mit 7,5 Zahnrad Jogging Geil Was ist das denn Was das wohl sein mag Keine Ahnung Leute Ich bin gespannt Wieder mal geschenkt Aber soll mir recht sein Suche Okay Warte mal was für Suche Alle Bananen sammeln vielleicht Könnte ich mir denken So Guck mal die Banane noch Die Banane Die Banane Hier drin vielleicht was Das fasst nämlich auf jeden Fall mit Och scheiße Was ist mit euch los Mann verpiss dich Geile Musik So was ist los So bitte Gib mir das Chör her Okay da ist schon ein Bonus Das sehe ich schon Ich bin nicht blöd Oh ne einfach ein normaler Okay ein normales Puzzleteil Kann mir auch recht sein Also ich denke schon Das ist mir genauso viel recht Wie ein Bonus Mann Okay ich weiß schon Ich habe was verpasst oder Kann das sein dass ich das fast mitnehmen musste Und Bis dahin tragen muss Bis dahin tragen muss Bis weiterhin tragen muss Bis dahin Okay das ist ein hundertprozentiges Puzzleteil Auf jeden Fall das ist sauschwer Das ist sauschwer Ja und das war auch ein Puzzleteil Wie ich gesagt habe Und wieso gehe ich Wieso springe ich wie ein Nazi Wieso springe ich da hin Bin ich blöd Aber ich habe wenigstens jetzt schon mal sechs Drei Puzzleteile und sechs Filme noch Das ist schön Das kann man auf jeden Fall sehen Sehr cool Sehr cool So bab Dann da hinten lang Und dann da hinten lang Ne scheiße scheiße Jetzt da hinten lang Genau Okay verpiss dich Och diese Viecher Haste ich so sehr Ähm Weiter weiter Oh Das war knapp Das war knapp Leute Das war ziemlich knapp Ich bleib erstmal hier drauf Genau bis wir den nächsten Punkt finden So da war das Puzzleteil drin Das ist mir völlig schrägt So Okay das ist Oh Wie bekomme ich das denn Oh das war nicht immer so schwer So In der Lampe was Ne Sieht nicht so aus Und da Auch nichts Och fick dich du Arschloch Ich habe dich verschont Und du machst so eine Scheiße zu mir Okay was ist das denn Da ist auf jeden Fall was Da ist auf jeden Fall was Da gehe ich auf jeden Fall hin Okay ist ein Bonus Geil Ich hätte jetzt vielleicht mit so einem geheimen Bereich gerechnet Aber ein Bonus ist auch genauso eigentlich Das ist genauso gut Gut Bonus ist ein bisschen schlechter Weil Ihr wisst schon wieso Weil wir das alles Bananen sammeln muss Weil wir müssen ja noch was machen dafür Um das Puzzleteil zu erhalten Und jetzt haben wir das bekommen Geil um Ali Aber das sorgt für Abwechslung auf jeden Fall Das ist sehr schön Und es gibt auch das Feeling wieder Zu dem alten DKC Ihr wisst schon Das erste DKC So schön das Spiel Okay wie komme ich da hoch Das ist auf jeden Fall hundertprozentig was Wir müssen da mit dem Fass vielleicht hin So ein geiles Herz So wie komme ich da hoch Was ich habe noch nicht gemacht Asozial Unfair Unverdient Okay alle Bananen sammeln vielleicht Oh fick dich du scheiß Tiki Ist mir so auf den Sack Okay Was mache ich Was habe ich gemacht Keine Ahnung Leute So ich will nach oben Scheiße ich möchte nach oben So ich möchte nach oben Bitches Da ist ein Puzzleteil Nice Okay dann muss ich die ganzen Bananen nicht sammeln Sondern Einfach nur das Puzzleteil hier mitnehmen Ah Ne ich sammle trotzdem alle Bananen Ich weiß es nicht Ob da was sein kann Ne ist aber nichts Okay Sehr schön und aufpassen Alter wie asozial wird das hier noch Okay Ein Puzzleteil haben wir schon verkackt Okay Ich bring mich um Ich möchte das Puzzleteil auf jeden Fall auch haben So Da ist Diddy Genau Perfekt So da war ja noch ein Phantom Oh Das haben wir nämlich schon eingesammelt Das schwiegen Verpiss dich Verpiss dich doch Du Arschi Gibt es hier wieder ein Fass Ne Ne Nimmst du uns töten Wie heißt wenn ich mal das Diddy Fass mitnehme Das könnte ich auch mal mitnehmen So als Versuch So Ne um ihn abzuknallen Ich denke das ist sauschlau Man So ein Arschgesicht Alter Es ist ein bisschen knapp Aber wir kriegen es hin Komm 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 Come bro Man Wieso ist das kaputt gegangen Hey wir haben das K nicht Wir haben das K nicht Warum haben wir das K nicht Hä Das K Das allererste K haben wir nicht Scheiße Okay Leute Wir müssen das Level auf jeden Fall noch neu machen Naja Ist jetzt aber auch egal Das Level ist schöner als ich mag es So Ich möchte da durch Okay So Okay Abwerfen Puzzleteile halten Die weg gehen Was ist das für ein Kack jetzt Oh Gott Es wird immer kackiger hier Wie viele Wie viele Puzzleteile machen wir schon mal Wir haben 6 von 9 Okay Mit der Puzzleteileanzahl Passt das schon also Die KNGs werde ich jetzt Trotzdem holen Um sie euch zu zeigen Aber offskin muss ich sie dann selber sammeln Wieder Mann was ist das für ein Kack Wach hin Leute So Jetzt komm schon Alter Das Level ist ein bisschen abgefuckt Aber Krieg mal hin Wir haben bis jetzt alles hingekriegt Und das denke ich Kriegen wir auch hin So übertrieben schwierig Ist das jetzt nicht Ne So blöp Verpiss dich Okay warten Warten Wir chillen unseren Arsch Alter ist das ein Kack Okay Es wird ein bisschen schwierig Aber Kriegen wir hin Und jetzt komm Blöp Genau jetzt Perfekt Wieder das richtige Zeitpunkt Okay was ist das jetzt für ein Scheiß Oh Ne 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 So, was ist jetzt hier los? Blab Nein, das ist ein scheiß Puzzleteil Scheiße, wie bekomme ich das jetzt hin? Scheiße, wie bekomme ich das jetzt? Ich habe schon eine Idee, okay Wir müssen einfach zurückspringen hierhin Mann, wie ist der blöd Nochmal neu Okay, versuche ich aber trotzdem mal Okay, so schwer war es doch nicht Cool So, blab Das ist N So schwer sind die N Karin gießt hier gar nicht mehr Also in Tropical Freeze fand ich die schon viel, viel schwieriger Finde ich jetzt Okay, klettern Ich bin zum Glück noch da geblieben Ich habe schon gedacht, dass es nach oben irgendwie geht Habe jetzt zwar nicht mit einem Puzzletail gerechnet, aber okay Ich wollte es einfach nur mal nachschauen So, chill, chill, den Arsch Ähm, kann das trotzdem noch was sein? Ich glaube Ja, nicht, ne Oh, fuck the shit Oh, fuck the fuck Also, wo sind wir überhaupt? Oh, schön, wir sind hier gleich So weit war das nicht weg, oder? Also Wir waren auch nicht so übertrieben weit bei dieser Stelle, ne Ja, bis hierhin ungefähr Ja, hier ist immer gestorben, zum Beispiel So schwer war das jetzt nicht, oder? So, Puzzleteil bitte Nö, gibt es nur eine Bananenwiedmünze für Ähm Hier Gibt es auch nix Okay, das ist Doch, okay Das ist mir doch egal So, jetzt möchte ich da rein Bäm Hä, was habe ich falsch gemacht? Ha, was habe ich falsch gemacht? Verstehe ich nicht Mann, leck mich am Arsch So, was habe ich falsch gemacht? Das frage ich mich Gerade Äh Nix eigentlich, oder? Ich weiß es nicht, Leute Ich weiß es nicht, was ich da falsch gemacht haben sollte Naja, egal So, jetzt gehen wir da hin Zum Ort, Bitches Ihr wisst schon, welcher Ort Dieser Ort hier Der uns bestraft Für unsere Sünden Ich weiß nicht, wie man das sonst nennen soll Oh, wir müssen timen wieder Das wird ein bisschen schwierig Gut, wir warten noch eine Runde Jetzt Perfekt Perfekt, das ist das G Nur, wie kommen wir da hin? Keine Ahnung Du, du, du Du Das ist verpissig Und wie kommen wir da hin? Es wird ein bisschen Timing gebraucht Das wir nicht haben Oh, Gott Oh, ich hasse das G Wieso, wieso müssen wir das G holen? Das ist überhaupt nicht schön Oh, Gott Das G ist so asozial dumm Und kacke Wird ein bisschen schwierig, also Ich will es eigentlich gar nicht Aber ich es irgendwie Ein muss, oder? Wir müssen das irgendwie holen Alter Obwohl wir das gar nicht geholt haben Müssen wir das trotzdem holen irgendwie Okay So Och, scheiße Bist du geistig So, jetzt noch eine Runde warten Noch eine Runde warten Und dann perfekt abfeuern lassen Perfekt So So Jetzt müssen wir da hoch irgendwie Na, bist du Blödsinn Du dummes Arschgesicht Du bist so dumm wie Scheiße Und gehst du mir auf den Sack Du dummes Arschloch So dumm wie Scheiße, der Kerl Kein Wunder, dass er jeden verprügelt Der nur seine Bananen klaut Bananen geben Intelligenz Intelligenz, bitches Sie geben Proteine Und schöne Kohlenhydrate Damit das Gehirn Funktioniert Und das hat der DK seit Tagen nicht mehr Also die Bananen Und die braucht er wieder Weil er sonst dumm wie Scheiße ist Meine Fresse Ist das ein Arschloch So, stirb du Und so Und So, perfekt Nur wie soll man wieder zurückkommen Das ist asozial Wie soll man da wieder zurückkommen Habt ihr mitgedacht, ihr Entwickler Seid die Geise nicht dumm Und seid die Geise nicht zurückgeblieben Oder so Alter, wer hat das überhaupt programmiert Dieses G Was ist das für ein Scheiß Wo ist denn das, Alter Wie soll man da draufkommen Ich versteh's nicht Man kommt von da vielleicht Man kommt da vielleicht hin Aber man kommt von da nicht wieder zurück Das ist das Problem Du dummes Arschgesicht Mein Gott Entwickler Was ist los mit euch Ist das ein Fehler Den ihr begangen habt Oder sowas Also ich weiß nicht Was ihr da Von uns verlangt In dieser Stelle hier zum Beispiel I don't know, bitches Ach so Okay Nochmal Ne, wir sollten Bin ich blöd Bin ich blöd Wir sollten von da aus Springen Und Ach, okay Bin ich selber schuld Sorry, Entwickler Ey, wir haben auch ein Puzzleteil verkackt Okay Ist auch egal Wir müssen sowieso das Level nochmal machen Dann zeige ich euch das Nicht das K Sondern nur das Äh Nur das Puzzleteil K und G Das muss ich nochmal sammeln Aber ist auch okay Ist mir völlig egal Bitches So Äh, okay Äh Okay Interessante Idee Hm Vielleicht kommt hier noch ein extra Level auf Glaube ich Naja Ich zeige euch jetzt gleich noch das Puzzleteil Und das Wasser für diesen Part Äh Was denn los Äh, was denn los Quanky wollte ich schon sagen Was denn los Squawks Kann das sein Dass es auch in dieser Lampe was ist Ja, dein Ernst Wie dumm Okay Okay, Leute Da habe ich Hat wohl Rare kein besseres Versteck gehabt Naja, ist auch egal Wir sehen uns im nächsten Part Dann wieder bei DKC Returns Bei den restlichen Scheiterlevel Und vielleicht Beim Tempel Level Ich weiß nicht Es kommt glaube ich noch ein extra Level dazu Ich weiß es nicht Wir sind zu allem bereit Und im nächsten Part geht es dann hier weiter Also haut rein Ciao bei DKC Returns Die Das ist Vielen Dank.